Er wurde zum Töten ausgebildet. Guten Morgen. Doch dann wollten sie ihn loswerden. Das ist eine Pfade! Zwölf Jahre hat er versucht, die Vergangenheit zu vergessen. Ich bin dir eine Menge schuldig, John, aber der Krieg ist vorbei. Du kannst es nicht ändern, deine Kameraden sind tot. Quan hat sich ein Imperium aufgebaut. Mach den fertig! Doch Vietnam kann man nicht vergessen. Der Mann ist ein Mörder. Die Zukunft gehört uns, Freunde. Stahljustiz. Ich hab die besseren Karten. Lieb dich nicht mit der vietnamesischen Mafia. Ihre Frau ist meine Geiser, Mr. Steele. Sie können mich nicht aufhalten. John Steele ist wieder da. Sie können ihn nicht aufhalten. Sie können ihn nur töten. Stahljustiz. Er will Quant töten. Weil er noch eine alte Rechnung aufmacht. John Steele hat Kämpfen gelernt. Man braucht eine Armee, um hinzukriegen. Deswegen bin ich ja hier. Stahljustiz.